Das ist noch spooky mit so einem Geschirrchen, gell? So eine Süße. Das ist jetzt ein bisschen spooky mit dem Geschirr, weil normalerweise kann er auch richtig rennen. Also du hast auch ein bisschen den Clown. Schatzi? Oh, du bist so eine süße Marse bist du, gell? Aber ganz, ganz, ganz. Mal gucken. Ganz. So traurig bin ich. Alles gut, Schatzi. Würden wir alles von euch wollen.